Gut. Ähm, wohin gehen wir jetzt? Oder ein schwaches und ein etwas stärkeres, keine Ahnung. Irgendwie gegen das hast du immer ein Ladegerät bekommen. Er ist ausgestiegen, ohne Scheiß. Ja, jetzt... Oh, die kommen wieder, die kommen hoch. Die pushen jetzt einen Berg hoch. Ey, Kutua, siehst du da noch Gegner, oder was? Ja, guck da oben, auf der Bergspitze, wo ich die ganze Zeit bin. Da, wo ja mein Sensor sitzt. Er stirbt doch mal eigentlich. Wurde mir grad nicht angezeigt, weil das... Mach nichts. Ich schieße da raus bei der Wunson. Ja, die Gegner haben da aber auch einen Popel stehen. Ähm... Warte mal, geht der jetzt weg? Du kannst es raus, das ist rein gefürzt. Ich hab's gesehen. Ne, das ist ein extra Popel. Ja, das haben wir gesehen. Da steht noch einer. Im Fluch! Oh, Lecki! Gerade, gerade noch einen Kopfschuss gegeben. Oh, der hat mich mal einer weggenommen. Ein Edelmedic. Oh, Lecki! Keiner kommt hoch zu uns. Ja. Keiner kommt hoch. Keiner kommt hoch. Oh, Gott sei Dank. Oh, der hat sich neben uns. Ja, der hat sich schon. Uh, das ist mal ein Leben heute. Oh, der kommt jetzt zu uns. Oh, jetzt hören sie mich. Oh, Lecki! Oh, Lecki! Also der, der, der Lightning drückt schon echt gut. Jupp. Oh. Oh. Auf der Seite ist er also nicht so geschickt gerade zu fahren. Oh, und nicht mehr wiederbelebt. Ne, zumindest nicht mit dem Kategor. Oh, ja. Oh, Harry hat mir abgefahren. Oh, Harry wieder, Markus. Ja. Ist das wieder der alte Kumpel? Äh, AK33021. Ja, ja. Reload. Der ist ausgestiegen. Einen hab ich. Mach den Harry weg. Gibt's keinen Sunny? Och, Mann. Oh, ne Mine. Der zweite ist auch schon tot. Nice! Wir haben geraved und die Zeit nämlich mal verhandelt hatte. Ja, sind schon weg. Passt auf, da haben wir in Minen gelegen. Ja, ja. Wärmesicht. Ich hab nur zwei kaputt gemacht, ich weiß auch nicht, ob welche da sind. Mach immer Wärmesicht, die Ahnung. Ja. Ich hab noch 110, ne? Ach so, was? Oh, 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 oh. Boom! Boom? What? Ne, wir fährt ein Sunny und ich will so ausweichen und dann sehe ich wie er sich einfach überschlägt und explodiert. Was denn, Alter? Boah, das ist schön. Ich sehe so eine Sunde auf der Karte, wie er auf mich zufährt, gucke auf die Seite und sehe grad wie er... Ja, Gegner! Und sehe grad wie er Zeit gemacht und explodiert. Irgendwas beschießt. Dann bist du wieder so ein Schnellschuss-Harrasser. Ja, die ist weg. Und dann dauert es auch schon wieder ein Harry, aber ein Wadu. Gib mal dem Wadu da unten ein bisschen. Och mann. Moment, sie haben ja aber immer viel Sniper oder so. Ich glaub da ne Wurken oder so. Naja, die haben jetzt die Schnellschuss ordentlich voll gekriegt, die sind jetzt abgehauen. Ja, hier war ja auch fast jeder ein C-Sniper. Oh, so ein Idiot. Das stimmt. Aber echt. Ich hab fast 10 Kills gemacht hier jetzt in 5 Minuten. Ja, so ein bisschen 10 Stück oder so. Ich hab jetzt 47, 37, also ne 10 plus. Ja. Moment, hab ich jetzt ne 30 plus. Ich hab nur 14 plus. Sven, hol mich mal ab hier, hier oben ist nix mehr. Hier ist langweilig. Ja, hier unten ist auch nix, Hütte. Boah, ich verlese dich jetzt. Nein, lass uns irgendwo hinfahren wo was ist. Ja, nächste Base. Ja. Ne. Gut. Ähm, wohin gehen wir jetzt? Ja, nächste Base. Hier. Na die Echo Valley. Ja, aber als Sniper kommt es nicht hin. Ja, da lauf hier rein und geh auf die Felsen hoch. Rechts. Warte, da ist das falsche Visier drauf. Ich hab mal Blendgranaten mit. Ja. Könnt ihr die Adrenalin-Pump eigentlich spielen? Wieder unsere davon. Hab ich jetzt noch nicht aus... Adrenalin-Pump doch. Irgendwo hab ich die drauf, glaube ich, auf der Schweren. Ich hab den mal beim Spion vor. Ich weiß nicht, was es war, aber es war heftig, ja. Es war mega heftig. Beim Spion hab ich, äh, ich hab immer noch Kopfgeld. Ja, ich glaub ja. Ja, wir müssen aber auch rappen, das ist das Problem. Ah, Flugzeug ist schon auf die gewisse Zeit. Ja, du hast keins mit. Ah, hier ist auch so. Joost, mir wird's angezeigt. Einmal Kopfgeld. Äh, mit Kapazor, geh weg, geh weg. War weg, war weg. Ich feier schon. Ah, ich hab gar gedacht, das wär ein gegnerischer Sensor popeln. Schwer voll drin. Durch die ganzen Blicke. Ist nicht tot, Alter. Der raps dann nie vor dem Winter, Alter. Wie haben wir das überlebt? Ach man. Oh oh. Der ist explodiert. Nice. Mich hat Wurst-Eindama gekillt. Was, Wurst-Eindama? Ja. 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 Oder Wurst-Eindama, keine Ahnung. Wurst-Eindama. Ich kann mal aufhören, hier mit, mit, mit 7 Lightnings rumzufahren. Das ist echt einfacher machen. Also, ich mach mal. Oh, hä, was? Wo? Ja, sind sie geplatzt, ne? Ja, zu viel, aber keine Panzermine. Den Rot, Alter. Ja, wo kam das her? Ja. Ich weiß auch nicht, Alter. Wie schnell konnte der das legen, ey? Wie schnell konnte der zenten, vor allem? Ja, ich hab ja die ganze Zeit auf den Kugel gedrückt. Eigentlich sehe ich das vorher und schreibe auf den Kugel. Oh, jetzt bin ich mal tot. Och, ne. Ich hab schon wieder einen Sound-Bug im Lightning. Wollen wir wieder da rein? Na, ich würd sagen... Ja, wir nehmen Infenderil. Ja, nehmen wir wieder Max, oder? Ja. Wollen wir wieder Maxi. Pff. Maxl rein. Warte, ich hab schon abgeschossen, während ich sporte. Ja. Ich fahr jetzt schon ab Propamin drüber, aber ist mir egal. Richtig schwul. Jetzt hab ich echt nichts mehr gehört. Oh, ich bin echt tot, ich bin tot. Hol dir mal Anti... Was, da hab ich schon... Luft. Oh, das ist ja nur eine Skype, was hier rumgegangen hat. Schneid, aber ich hab drei Bossis. Das hat wehgetan. Das hat echt wehgetan. So, die Skype ist weg. Gut. Äh, 7 L8 Chaps. Dauer bis einer. Dauer bis einer. Oh, da ist einer, ja. Schneid's bei euch auch. Keine Ahnung. Nein, kann nicht. Weiß ich nicht. Ja. Es hat geschneidt, ja. Also, was bei uns war nicht. 2, 3, 3. Ja. Achtung. Oh, schieb. Er hat schon wieder gut kassiert, er tritt. Ja, das ist schön in die Kugel reinstellen. Die besten Leute. So, jetzt muss ich wieder Infanterie nehmen und die Leute vom Berg vertreiben. Ja, weil das haben wir langsam ein bisschen zu viele. Oh, ja, da oben ist ein bisschen was los. Das ist Elmer. Ja, aber Elmer kann auch nicht gehen. Ich glaube, ich schaue gerne auf einer Max machen. Ja, aber das ist nur... Uh, da sind sie mich aber auch. So, mach ich mal eine Max. Ich hab schon lange keine Max mehr gezogen. Wie viel haben wir? 37. Ja, geht noch ein bisschen. Oh, Mann. Es hat gerade voll das Himmelfahrtskommando gemacht. Aber ich weiß, wo feindliche Sand überstehen. Ich will die Infanterie. Die sind leichter. Jetzt sind sie alle weg, oder was? Ja, ich hab die natürlich alle verjagt. Die sind jetzt eins weiter rechts. Oh, ja, natürlich. Ich hab die Anti-Fahrzeug-Waffe drauf. Ich, Jakob. Ja, in Richtung. Ja, ich hab Doppelfelken jetzt drauf gezogen. Wir haben in Richtung West-Nordwesten Sand überstehen. Ganz am Ende. Und... Ach. Komm mal wieder hoch. Ja, machen wir zum Rückzug. Und unten ist alle. Wir fallen die alle aus aus dem Haus beim Camp. Ach, hinter uns. Wannusen. 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 Wannusen? Hier hängt's. 100 Level, 105, halt. Erzählt doppelt. Oh Gott. Ja, aber jetzt werde ich hart von allem möglichen... Ja, tot. Mist. Na gut, ich war mitten in mir nirgendwo. Kommt ihr auch dahin, wo ich bin? Wir verlieren nicht grad die Basis. Wer hat die ganze Zeit markiert und weiß nicht, wo... Yes, ich hab wieder einen mit der Pistole weggeholt. Die Pistole ist echt langsam king. Jetzt hab ich einen 100 Level, 105er mit der... Ding weggeholt mit der Pistole und jetzt wieder mit der Shotgun und das heißt Leichte und jetzt hätte ich von dem verbündeten Gottshore erschossen. Leute! Also jetzt ist die Base wirklich safe, also da kommen wir nicht mehr rein. Ich hab keinen Zugriff auf das Fahr-Hurte-Fahrzeug. Auf Eiser meinst du, brauchst du Verstärkung? Boah, ich werd hier überall markiert. Ist da ein Sandy draußen auf Eiser? Weißt du das? Weißt du, ob bei dir ein Sandy steht? Äh, ne. Wahrscheinlich, ne? Oh, Mist! Aber wahrscheinlich ist eine da, oder? Ding schon, oder eine Spawnleuchte, weil so viele sind ja nicht... Och, Mann! Ich stress... Ne, du kannst hier nicht spawnen. Wir können Watterson und dann rüberfahren mit Lightnings. Passt hier gleich aus, ey. ...hier wird wieder Kartell... ...hier wird wieder Kartell... ...hier wird wieder Kartell vom